Ciao, ich bin Denise und ich war immer schon daran interessiert, wie Menschen die Welt unterschiedlich gestalten. Kultur ist aber nicht nur Ausstellungen, Theater oder Film. Kultur ist auch das, was den Alltag ausmacht. Sprachen, Rituale und Gegenstände aller Art. Dazu gehören auch Selfies oder Mode zum Beispiel. Das Studium Angewandte Kulturwissenschaft vereint all das und scheut auch keine kontroversen Themen. Das gefällt mir und bereite mich sehr gut auf mein Berufsleben vor. Zusätzlich gibt es auch in Klagenfurt viele junge Kulturinitiativen. Dort kann man sein erlerntes Wissen unmittelbar erproben und sich konkrete Berufsfelder erschließen. Ich selbst engagiere mich im Verein Innenhof Kultur. Mit dem Studium der Angewandte Kulturwissenschaft an der Uni Klagenfurt steht dir die Welt offen. Vernetztes Denken wird überall gebraucht. Informier dich jetzt über dein Wunschstudium.